Endlich, heute werde ich drei Stunden E-Mail geschrieben, das habe ich nicht in meiner Uni gemacht, doch. Ja, Kaffee jetzt. Und Absage. Scheiße, noch eine. Und noch eine. Oh mein Gott. Und noch eine Absage. Oh mein Gott. Und eine Zusage, endlich. Ein Casting. Ich gucke in meine Kalende, wenn das passt mir gut. So, erstmal danke, dass du pünktlich bist. Du bist ja auf der Suche nach einer neuen WG. Ja, deswegen bin ich da. Ja, natürlich, aber haben wir zuerst ein paar Fragen an dich. Ja, gerne, da könnt ihr fragen. Also, wie bist du hergekommen? Mit dem Bus. Wie bitte? 501, aber ich weiß nicht noch, die Bus hat die Stelle. Nein, nein, ich meine, woher kommst du? Ach so. Äh, ich komme aus Kiel, ich bin in Kiel seit zwei Jahren. Nein, nein, woher kommst du? Aus Griechenland, aus der Türkei? Ach so, die meint, äh, ja, ich komme aus Syrien, aus der Eiland, so. Also, ich habe nur ein paar Fragen an Sie und ich würde Sie bitten, dies ehrlich zu beantworten. Gerne, kalte Frauen. Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Waren Sie am 01.01.2016 in Köln? Und das ist das Lesezimmer mit den Goldfischen. Das ist extra auf der anderen Seite von der Straße, damit die Fische die Geräusche nicht so durchstören. Und, magst du die Weg gehen? Ja, ich finde es richtig total gut. Echt? Ja. Okay, ähm, und dann noch eine Frage. Hörst du gern Musik? Ja, bestimmt. Ja? Okay, und was hörst du so viel Musik? Die meiste ist so orientalische Musik, so arabische Musik, kodische Musik. Ah, okay. Aus welchem Land kommst du denn? Ich komme aus Syrien. Aus welchem Land kommst du denn? Ich komme aus Syrien. Ich glaube, das ist so gut. Ah, du musst Yunus sein. Ich bin Martin. Ich muss gleich wieder in die Küche. Essen ist gleich fertig. Du kannst gerne mitessen. Ja, gerne. Ah, hi. Du musst Yunus sein. Ich bin Anja und Martin hast du ja schon kennengelernt. Er kocht mal wieder und er fascht auch wirklich ziemlich gut. Cool. Ja, interessant. Ja, ich koch gerne so. Super. So, das Essen wäre jetzt fertig. Es gibt Schnitzel. Nein, es gibt vegetarisch. Wir essen ja eigentlich nur vegetarisch. Ja, ich auch. Yunus hat gerade gesagt, dass er auch sehr gerne kocht. Ach, wirklich? Ja, cool. Ja, ich arbeite als Koch zwei Straßen weiter runter im Restaurant. Das ist richtig interessant. Ja. Du kommst aber nicht aus Deutschland, oder? Nein, ich komme aus Zürich. Ah, cool. Interessant. Ja, dann kannst du bestimmt auch ein paar syrische Gerichte kommen. Ja, war Sache so. Ich kann nicht alle, aber war Sache so. Da haben sich ja schon mal zwei gefunden. Ja, super. Ich muss auch wieder in die Küche jetzt. Ja, viel Spaß. Danke. Okay, dann kann ich dir erst mal die Wohnung zeigen, wenn du das hast. Ja, gerne. Sehr gerne, sehr gerne, Ciao. Musik